Wirklich, Junge. So, Henry. Moin, Kinex. Was geht, Kinex? Er ist überall ausverkauft, Bro. Okay, das ist super optimal. Ah, ja, ja. Junge, das ist so ein komischer Spieler, Junge. Der ist so schlecht. Oh, mein Gott, bitte. Hör doch auf. Boah. Jungs, wenn ich nicht der Beste bin, Junge. Ich dummes Beet hier, Junge. Joke Chill. Er hat noch mehr Heal.